Perleberg. Landrat Thorsten Uhr begrüßte am 23. Januar zahlreiche Gäste im Foyer der Kreisverwaltung. Anders war die Ausstellungseröffnung Feste und Brauchtum in der Prignitz. Die Ausstellung zeigt Fotografien von Dr. Wolfram Hennies, Jens Wegner und Heidrun Bösenberg. Alle jetzt ausgestellten Bilder sind auch im erstmals vorgestellten Buch Feste im Jahres- und Lebenslauf in der Prignitz von Autor Dr. Wolfram Hennies zu finden. Im Anschluss an die Eröffnung nahm sich der Autor die Zeit und führte die Gäste durch die Ausstellung und gab zahlreiche Erläuterungen zu den verschiedenen abgebildeten Bräuchen im Landkreis Prignitz.